So, hallo und herzlich willkommen beim nächsten Let's Play League of Legends. Heute spielen wir wieder in der 3er Map mit meinem Kumpel Mikalu. Hallo. Ah, ich denke wir sagen nicht immer Hallo Mikalu. Ne, das ist einfach bei jeder Folge. Bist du eh dabei? Ich bin eben so, ich bin ja schon Standard also. Bist ja eh dabei. Genau, du kannst es, wenn mal andere dabei sind, sie begrüßen aber nicht. Ja, aber dich begrüße ich nicht mehr jetzt. Aus Prinzip nicht. Weil wir spielen gegen einen Rockefeller. Gehen wir gar nicht, ja ist so schlimm. So, ich. Ja, ich spiel mal den Darius. Ich hasse den Champion eigentlich, weil der einfach nur nervig ist. Seine Ulti ist einfach nur nervig. Aber trotzdem spiel ich ihn jetzt mal. Ja, ich spiel es nicht so oft. Ja, Darius. Ich spiel mich nicht auf. Darum ist es ein Dora-Champ. Ja. Was? Deine Wahl. Aber wo gehen wir? Aber die haben keine Leben. Ja, deswegen. Okay, er ist tot. 30 Sekunden bis zum erscheinen der Vassanen. Ja, ich schmeiß ihn rüber. Jo, schön. Schön. So, jetzt habe ich auch schon ein bisschen AD, äh AP, also ein bisschen mehr. Ja, weil ich habe ja mir ein Mana-Ding holen können. Hm. Oh, läuft doch. Läuft. Jetzt habe ich mir erst mal direkt ein Dorans-Schwert gekauft, was ich eigentlich nicht machen sollte, aber mache ich trotzdem. Das ist so ein bisschen schade. Das ist so ein bisschen schade, war. Das ist so ein bisschen schade, war. Ein Dorans-Schwort. Dorans-Schwort, ja. Dorans-Blade. Guck, guck. Aua. Ich bin mal nicht durch. Schön. Ja, hier, Temo. Temo. Ja, Heal. Heal hat er benutzt. Heal hat er schon benutzt? Der hat gerade Heal benutzt. Ja, los, los, gehen wir. Wie der kein Leben mehr hat. Ja, es ist, die haben beide Lowlife, also. Ja, aber, ah, ich habe sogar noch Unterstützung gekriegt. Aber ja, Temo. Nein. Wie dumm er ist, einfach so mit, so wenig Leben, ey. Ja, das ist doch angenehm. Ja. Dafür ist es nicht so angenehm. Genau, wir müssen auch mal wieder, bisschen wieder gut sein. Nein, sonst denken wir ja, wir sind schlecht. Nein, das wollen wir ja nicht, dass hier keine Lust mehr haben zu gucken, weil wir eh nur am Verlieren sind und sagt, wir sind tot, weil wir sind so schlecht, ey. Dann lernen wir doch eh nicht, mhm. Genau. Aber ihr lernt ja, ja. Boom, 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 geht's voll auf die Grosch. Und er ist tot. Hm. Jipp. Darius ist nervig. Aber mein Bruder spielt ja auch gegen mich, der Draven. Ja, der hat genau das gleiche, aber ich denke mal, äh, ein Draven hat keine Chance gegen Darius. Nein, der Draven hat viel zu wenig Leben. Hallo, komm, bleib stehen. Bleib stehen, bleib stehen. Oh, nicht getroffen. Aber ein Rise ist auch halt sehr gemein. Ja, am besten fälltst du ihn fest und dich ziehen dann gleich ran. Und ist er auch tot, weil er ja dann, ähm, Darius dran ist. Ach, das ist so schön. Kommt ihr damit nach. Habt ihr jemanden festhalten? Tot. Was war's wohl mit dem? Das ist fiese Taktik eigentlich. Festhalten, ranziehen und Masse schaden, ne? Ja, wir können den ja noch holen. Sechs Sekunden habe ich jetzt wieder ranziehen. Okay. Fünf, zwei, eins. So, jetzt ist fertig. Oh. Habe ich wieder ranziehen. Oh, schade. Ja, ja, egal, passiert, passiert. Jo. Ich würde mir gerne was kaufen. Weil ich hab eh kein Mana mehr. Wie muss das alles? Aber ich hab kein Mana mehr. Ja, dann gehen wir weiter schwimmen. Du hast ja noch voll Leben. Die greifen sie ja nicht an. Komischerweise. Du kriegst die ganze Ketze. Ach, warum nur? Obwohl ich hab auch zwei. Ich räum mir in die Mana-Mune. So. Ich hätte mir jetzt meine Schuhe holen sollen. Ach, egal. Und weiter geht's. Jo. Ach, das ist ja gar nicht die Mana-Mune. Ich tage immer dazu Mana-Mune, weil jetzt einfach die Tränen der Göttin ist für mich Abkürzung. Mana-Mune. Und gut. Hast du... Nee, hast du nicht. Ja, er hat sich geflasht, aber er hat Flash raus. Okay, das ist gut. Ja, ne, ich raus. Kommt schon. Wir haben auch kein Wort, ne? Ach, passt schon. Macht er sich direkt schneller, wenn er genau weiß, dass ich einen Stunt wollte, wenn er dann tot gewesen wäre. Oh. Da ist Temo drin. Hier, mach mal hier drin. Okay. Ist er da drin? Ja. Oh, ja, Moment, Moment. Ne, jetzt ist er weg. Er hat sich backgeportet oder was? Na ja, komisch. Da ist er. Doch, da ist er doch. Tschüss. Er steht im Gepisch und er kriegt jetzt mal Schaden. Wir wissen nicht, dass er da ist, aber einfach auch... Boah, wir hoffen, zwei, zwei, zwei. Er musste da sein, weil der Draven so dahin gegangen ist. Ja. Ja. Kannst du ihn festhalten? Ne. Warte. Ich kann uns festhalten daran ziehen, Kuh, er ist tot. Ja, ich weiß. Los, los, gehen wir hier. Jetzt kann ich ihn fest... Ah. Hier muss man sich ja ein Gold-Item kaufen, ey. Kriegt man ja nix ab hier. Hey. Genau. Schäben. Festhalten. Schön. Da, ich habe keinen Mahler für meine Ulti. Ah. So ein Mist. Aber er bleibt da. Oh, das war jetzt ein Fail von mir. Egal, wir haben ihn. Nein, der Turm schießt nicht auf mich. Ja, ich habe keinen Mahler. Hab ich ihn halt alleine? Ja gut, dann hast du mal einen Kill. Ja, wenn du ihn hast, ich kann ihn ranziehen. Also, das gehe ich jetzt shoppen. Los, los, gehen wir hier. Ja, ich gehe mir gerade auch Schuhe kaufen. Ich gehe mir jetzt auch euren Limmer Schuhe kaufen. Oder, ne. Dann, dann farm ich noch ein bisschen mit du. Ja, dann farmst du ein bisschen. Ich bin schon. Oh. Ja, dass man einmal weg ist, er truppt. Was ist da los? Ach, passiert. Ah, ja. Ja. Weißt du, wie wohl wie man jetzt einfach sagt, wenn ich es noch sage, too late SS. Ja, dann drehen wir durch. Haha, nur blablabla. Das war jetzt egal. Ja, Herr Wullybeer ist drin. Oh, was macht der denn da schon wieder? Erlauf. Ja, jetzt habe ich Gift abgekriegt. Jetzt bin ich am sterben. Ich muss unbedingt in den Base schauen gehen. Was kriegt ihr gleichzeit? Na ja, schaubt nicht, aber. Danke. Boah, Bastion. So. Ah, ich verkloppt ihr ja Ulti, war klar. Hm. Kommt schon. Oh. Oh, läuft doch. Du. Wir laufen da alle schön vorbei und du läufst da rein. Problem ist drauf. Ja, ich nicht. So. Ja. Ja, der Temus ist eigentlich gar nicht so schlecht, also der Jam-Temus ist nicht schlecht. Nein, wenn man ihn spielen kann. Ja, wenn man ihn spielen kann, ist er auch auf dieser Map nervig. Schmeiß ihn rüber, schmeiß ihn rüber, schmeiß ihn rüber. Alles klar. Kürz. Keine Assists bekommen. Oh, voll keine Assists bekommen. Boom. Los, los gehen wir. Oh, wow, da kommt die ja wieder. Okay, und? Die hat keine Ulti, ne? Ja. Temo. Okay. Ja, neust du. Ja, ich muss mal in die Burschen. Glaub, die geben gleich auf. Glaub nicht mehr, dass die so... Ja, aber wir haben noch 5 Minuten am Ende zu machen. Das ist gut. Kommt schon. Hm. First time Temo. b aber für sie dass es mal spiel geht das eigentlich muss ich sagen naja nicht wirklich aus drei licks gut reden das scheiße mehr so auspreise als auch wenn er zum ersten mal jetzt irgendjemand anders spielen würdest wer schlecht so wie kommt ihr damit klar hallo efton hm ich muss ein bisschen mein mana hier aufladen hier ist der ding der oh da ist er da ist er so ja ja die hinterher auch noch machten darunter auch kommt Das war, weil der Vulibeer da erstmal wieder gegen 3 gekämpft hat, war wieder ein bisschen Fail eigentlich, ne, aber gut. Jo, Schluss. Und dein Q raus war noch auf ihn. Sog auf mein Q. Und, 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 und. Kommt ihr damit klar? Jetzt kommst du mit deinem Q. Uuhuhuhu. Ach, läuft doch. Haltet mich nicht auf. Schon Level 10, ey. Hm? Schon Level 10. Jangel, ey, überlevelt mich alle. Bock mehr. Bein später. So. Jetzt hab ich das, ich weiß gar nicht, was ich mir kaufen soll hier Das ist einfach voll cool gerade Mia, hilfst du dem mal? Ja, ich bin gerade am Haff machen, mein Freund, ich kann nicht hier Achso Ja, Gehäuse, warum? So, jetzt kann ich mir glaube ich auch das kaufen Ne, kann ich nicht Das hab ich, das hab ich, das hab ich, ich brauch noch ein bisschen Geld Da, die kommen zu dir Oh, sie kommen gerade zu mir, ich seh das schon Seh das von kommen Oh Da sind sie Ja, toll Ja, ich lauf da schon weg und Na, stirbt er noch, ich glaube nicht Ähm, das Schild von Kay, die rettet er immer, ist das so Ah, das ist so cool mit dem, da brauchst du ihn nochmal anerholen Ja Was macht der denn da? Hauptsache auch nochmal drei Leute reinlaufen Ja, ne, einfach sinnlos Also Ah ja Jetzt komm ich und mach ich nur eine Dreifach-Tötung Ja, weil du wieder nicht, weil du dich alleine reinläufst Würde auch Dreifach-Tötung machen, wenn ich da jetzt zu zweit drin bin Ich bin heute alleine nicht Kommt ihr damit klar? Ah, da drauf, komm So Meine Auto-Hits machen 100 Damage Achso, ich hab ja 100 AD Genau, er hat ihn mal da beschäftigt Ah, die kommen alle wieder Ach Puh, ey Dieser blöde Pilz hat mich gekillt So, dann geh mal auf, da feier ich ihn mal Hallo Zack Tschüss Da kam der Darius aus dem Gebüsch Du bist ja ein Fieser Ich denke so, ach, der Woli bei den hole ich mir und dann läuft er weg, oh Mist, ab ins Gebüsch gezogen Wollt ihr kuscheln, Draven, Brüde? Bruder, jetzt wollen wir nicht kuscheln, wuck Lass, los, los, gehen wir So So Na, hol ich mir mal unten den Farben Ach, jetzt weiß ich, warum ich 100 AD hatte Na, warum? Wegen deinem Entzünden? Nein, wegen dem Buff So, ja, wegen dem Buren-Buff Was meinst du? Wie Pilz Ja, welch Das Pilz Das trägt mir gleich zurück Das trägt mir gleich zurück Fettabern Ja Und rumheulen, dass ich am Anfang die Kills klaue, das ist right Impe Wie er live und lebt und ich bin jetzt tot Echt? Ne, doch nicht Hätte er seine Ulti gemacht, wäre ich tot gewesen Der hat so schnell Damage bekommen, der konnte gar nichts machen Ach, guck mal süß Ich hab da, ich hab dich gerettet, Junge Äh, ich hätt's eh überlebt Dafür, dass du mir dauernd Kills klaust, ist es nur noch mal Zeit, dass sowas kommt, ja Ich hab dich gerettet Oh Mann, ich kaufe mir erstmal vernünftige Items Ich hab auch am Anfang soviel Schaden gemacht, weil ich mir am Anfang erst als... Ich hab mir als erstes erst mal dreimal Dorans Plate gekauft Ich hab immer echt schwul grad mit Darius und Bist Oh Mann, was mach ich denn hier? Voll aufgeregt Ach, egal Äh Oh, und vorbei schon Da ist es schon vorbei Na gut, das war ja mal ne schöne Runde Und ich hab ne gute Tate gemacht, ich hab noch in den Darius gerettet, das werde ich dir jetzt ewig vorhalten Lass es lieber Zu deiner eigenen Sicherheit Bis zum nächsten Mal, tschüss